Robin kam heute auf die Idee, diesen Clip zu machen mit dem Spaten. Also haben wir eine Schaufel geholt von mir zu Hause. Wir sind zu einem Bahnkreuz gefahren. Ich habe die Schaufel an den Zaun abgestellt. War die Kamera erst mal nicht da? Ich frage Robin, was ist für die Kamera? Haben wir die Kamera vergessen? Also ist nicht schlimm, Robin, dann fahren wir zurück. Wir fahren zurück zu Robin nach Hause. Robin geht hoch in sein Zimmer, schreit aus dem Fenster, ey, guck doch mal im Auto nach, ist die wirklich nicht da? Ich gucke einfach nur hinter mich auf die Rückbank. Und die Kamera ist da. Oh ja, ich habe sie noch im Auto. So, und dann kommt Robin zurück ins Auto. Wir so, ey, wir haben eine viel bessere Stelle dafür. Fahren zu dem anderen Bahnkreuz, steigen aus. Und merken, ey, wir haben die Schaufel vergessen. Jetzt haben wir von dem Kupfelsen ultrageilen Spaten geholt. Einen grünen, der passt auf jeden Fall richtig gut rein. So, das war es dann auch schon wieder mit dem Mittagsklatz. Schlackerei. Mann, ey. Aber wir brauchen wahrscheinlich wirklich einen richtigen Spaten und keine Schaufel. Einmal gäames. Aber wir brauchen alles.